Deitscher steht vor dem Neusiedlersee und schaut auf den Neusiedlersee raus. Und da kommt der Einheimische vorbei. Entschuldigung, sagen Sie mal, ist das hier so der Neusiedlersee? Ja, ja, freilich, ist der Neusiedlersee. Und ist er tief? Nein, tief ist er nicht, 1.50. Kann man da Wasserski laufen? Nein, so steuer ist er nicht. Ja, ja, ja.